Achtung, Einheiten! Ein Truck mit einer scharfen Bombe ist auf der Flucht. Der Teufels Atem ist weg, aber wir haben noch größere Probleme. Rikers? Wir müssen schnell sein. Spring auf! Was ist passiert? Ein koordinierter Angriff. Muss von außen geplant gewesen sein. Alle Zellblöcke sind offen. Schon bald wird jeder Gefangene von Rikers D. Fifth Avenue hinab spazieren. Was ist mit dem Raft? Sollte okay sein. Die Einrichtung ist extrem sicher und hat ihr eigenes Stromnetz. Gut. Und der Teufels Atem? Sable kümmert sich darum. Vertraust du ihnen? Habe ich eine Wahl? Oh oh. Du warst nicht angeschnallt! Ich bin dran. Weiter mit! Auf ihn, Jungs! Verdammt! Sie sind in der Waffenkammer. Ist das schlimm? Das klingt schlimm. Das bedeutet, dass einige der Insassen Raketenwerfer haben. Ja, das ist schlimm. Bin dran. Verlassen! Wiederholen! Brusten! Verlassen! Wir wachten euch unter Schädling von der Insel! Wenn ihr schön hartig zurück in eure Zellen geht, können wir die Sache vergessen. Achtung! Er macht ernst! Hör mich nicht bewegen! Sehr schön. Da sitzt noch einmal draußen im Hof. Welcher Hornoxe bringt denn bitte Raketen in ein Gefängnis? Hallo, hier ist Sergeant Hansen. Ist jemand auf diesem Kanal? Hier, Captain Wassernabe. Wo sind Sie? Stromversorgung. Dach bei Zellenblockzien. Arbeiter der Stromzufuhr. Sind Sie das im Heli? Positiv. Was war hier los? Keine Ahnung. Zuerst war der Strom weg und dann bracht das Chaos aus. Halten Sie durch, wir kommen so schnell es geht. Hör mich, ich bin so schnell es geht. Hör mich, ich bin so schnell es geht. Oh Mann! Ich bin unterwegs Da ist jemand hinter dieser Tür Sie sind fast schon bei mir Holt mich hier raus Komm Leute, ich weiß, dass da draußen jemand ist Sie kommen Wo sind denn alle? Sie zerlegen mein Auto Helf dem Wärter Ich versuche den Strom wieder einzuschalten Gut, ich sehe nach Schnell, bevor Sie ihn töten Was ist los? Hast du Angst? Jetzt weißt du, wie das ist Niemand wird mich hier wieder einsperren Der hat Rick eingespannen Augen auf! Auf ihn! Hey, Spidey! Hey, du musst schneller sein Das wird Schmerzen Ich muss sie ausschalten Achtung Schlimmer geht ja wohl nicht Es geht immer schlimmer Gute Arbeit Nur noch ein paar Achtung bei den Netzen Nehmen Sind nicht mehr viele Holt ihn wieder hier runter Sie klauen den Hubschrauber Führerschein und Zugang Zulassung bitte Gut, die Dinge sind wohl halbwegs unter Kontrolle Sagtest du nicht, dass Raft sei sicher? War es, dann auf Könnte schlimmer aussehen als es ist Sehr optimistisch Sehr optimistisch Aber ich habe gelernt Was schlimm aussieht Ist meist noch schlimmer Achtung! Yuri! Ich rutsch ab! Ich rutsch ab! Ich rutsch ab! Party! Gerade rechtzeitig zum Feuerwerk Wir haben wohl Bewährung, Jungs Elektro Warum lässt er denn alle raus? Ich gehe ins Hauptkontrollzentrum Und sehe nach, wie dort die Lage ist Okay Ich gehe zur Party Alle schön brav zurück in die Zellen Und macht die Tür hinter euch zu Okay? Bitte Ich mach dich fertig, Spinne! Hilfe, Tommy, steh auf! Los, steh auf! Keiner, wie die F*** Für dich! Hier! Das klingt nicht gut Hi, Rhino! Hi! Hoffentlich magst du Überraschungen, Spinne! Überraschung? Was meint der denn damit? Unerwartete Stromspitze festgestellt Sondereinsatztruf erforderlich Katastrophales Ereignis festgestellt Elektrobrand festgestellt Feuer-Eindämmungssystem inaktiv Sondereinsatztruf erforderlich Was? 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 Systimversagen steht bevor Evakuionsvorgang standen Sicherheitsgefahr Notfallabriegelung startet Zellblock B Notfallabriegelung startet Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Na los, Spider-Man! Ich dachte, das wär' ne Jagd! Ich muss den Kerl aufhalten. Du könntest mich nicht aufhalten, aber schön, dass du's versuchst! Sag mir, für wen du arbeitest, dann verschone ich dich! Das Angebot will nie jemand annehmen! Hab' dich! Das war's für heute! Okay, die Überwachungskameras sind wieder online. Wie sieht es aus? Tja, siehst du aus, als seien sämtliche Insassen des Wrath geflohen. Einschließlich Martin Lee. Damit sind fünf deiner schlimmsten Feinde, die sterben wieder in Freiheit. Ich dachte gerade wirklich, das sei dein Ernst! Es ist ernst. Ich muss los. Ein paar von Ihnen wollen in die Stadt. Ich spinne wohl. Verfolg' mich weiter! Bald haben wir's! Elektro! Hör auf! Wie gefällt dir mein neuer Anzug? Wahnsinn, wo hast du den denn her? Gibt's nur für Mitglieder! Denk dran! Er sagte, nicht umbringen! Gute Idee! Wir müssen das hier auch gar nicht tun, wenn ihr nicht wollt! Wir wollen auf jeden Fall! Wow! Wie gehst du denn? Obw? Ja! Ja! Dr. Octavius. Erste und letzte Warnung. Komm uns nicht in die Quere. Jeder von euch hat einen Job zu erledigen. Eure Schuld ist beglichen, wenn wir fertig sind. Los! Da ist er! All diese Jahre. All diese Lügen. Es ist vorbei, Norman. Es ist Zeit für die Wahrheit. Es ist Zeit für die Wahrheit. May, alles okay? Ja, sicher. Kannst du die bitte für mich austeilen? Klar. Arbeitet aber pausenlos an einem Heilmittel für diese tödliche Krankheit. Die stadtweite Quarantäne wird streng durchgesetzt. Von Sable International. Die sämtliche Verkehrsknotenpunkte strikt überwachen. In der Stadt kämpfen Polizei und Sable Agents weiterhin gegen Rikers und Raft-Ausbrecher. In der Zwischenzeit gab Bürgermeister Osborne Spider-Man die Schuld am Gefängnisausbruch und der Ausbreitung der Krankheit und erklärte ihn zum Flüchten. Beweise dafür erbrachte er nicht. Und viele glauben, der Bürgermeister wolle nur von sich ablenken, da ein Exklusivbericht des Biogel aufgedeckt hat, dass die Krankheit ihren Ursprung in einem geheimen Oskop-Labor hat. Hier in Manhattan. Bürgermeister Osborne behauptet, Oskop arbeitet... Mach das aus! Die Selbstbehörde an einem Antiserum blieb aber auch hier für jeglichen Beweis schuldig. Das Krankenhaus hat angerufen. Die sagten, du wärst einfach weg. Ich muss zurück an die Arbeit. Die Ärzte haben gesagt, du hast 14 gebrochene Knochen. Das macht 192, die nicht gebrochen sind. Danke für deine Hilfe übrigens. Das Schwierige war, dich vor Sable zu verstecken. Sie haben dich zu ihrem Hauptziel ernannt, weißt du? Ich fühle mich wirklich geehrt. Was passiert mit unserer Stadt, Yuri? Ich weiß es nicht. Fühlt sich an wie das Ende der Welt. Ist es vielleicht auch. Du bist die имеängin193 Jahre? Natürlich ist dieizeit.